Ihr Ausbilder ist einer der besten Piloten, die wir in diesem Programm je hatten. Seit über 30 Jahren in der Navy. Medaillen für Kampfeinsätze. Ehrenabzeichen. Der Einzige, der in den letzten 40 Jahren drei feindliche Maschinen abgeschossen hat. Trotzdem werden sie nicht befördert. Sie wollen nicht in den Ruhestand. Und obwohl sie alles versuchen, sterben sie einfach nicht. Einige werden es nicht schaffen. Das sind deine Piloten. Wenn ihnen irgendwas passiert... Rakete, Rakete! ...wirst du dir das niemals verzeihen. Jetzt gibt's kein Zurück. Komm schon! Oh mein Gott! Na, noch so fast? ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk